Auch in diesem Jahr lockte der Tübinger Martini-Markt wieder etliche Besucher in die Gassen der Altstadt. Wer hier umherschlenderte, der konnte sowohl süße Leckereien als auch kuriose Kleinigkeiten entdecken. Aber auch, wer noch das passende Kleidungsstück für die kalte Jahreszeit im Kleiderschrank vermisste, wurde hier wohl fündig. Wer vom kunterbunten Angebot des traditionellen Krämermarkts erschöpft war, hatte die Möglichkeit, es sich bei einer Tasse Glühwein gut gehen zu lassen.